Hallo liebe Freunde, liebe Zuschauer, liebe Musikinteressierten. Ich möchte Ihnen eine Komposition präsentieren, wo ich mehrere Stilrichtungen unter ein Dach bringe, damit Sie sehen und hören können, wie viele Möglichkeiten die Gitarre bietet. Als Erste kommt Luz. Das war mein Luz, jetzt kommt Kanti. Das war mein Luz. Das war's mit dem Country, jetzt kommt Jazz. Das war mein Luz. 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 Bis zum nächsten Mal. Das war's mit Komposition. Vielen, vielen Dank.